hallo leute es gibt zwei neue geheime herausforderungen geheime aufgaben mit den zwergen den gnomen und die zeige ich euch in diesem video ja wenn ihr das feiert lasst auf jeden fall schon mal ein daumen hoch da kostenlos abo und macht die glocke an es gibt auch immer noch skins zu gewinnen bei mir ja ich mache immer noch die skin verlosung auf youtube einfach epic games unten in die kommentare reinschreiben und jedes weitere video was du von mir guckst und kommentiert aus dieser woche nimmt in der verlosung der skins in dieser woche teil sondern wir müssen nach slurpy swamp ich markiere euch unten auf der karte da müssen wir hin und zwar müssen wir dahin wo die großen tanks sind ich glaube das ist auf der seite und da müssen wir jetzt tanks reinigen jetzt fragt euch hey wie müssen wir denn tanks reinigen wie geht denn das ja ja das zeige ich euch gleich und das zeige ich euch ja ihr seht hier die tanks da unten sind die drin die sind jetzt dreckig und ihr müsst da irgendwie rein ich guck grad selbst wo die tür hier ist so oder wir müssen die tür benutzen beziehungsweise wir haben einfach eine tür in die band rein so und dann gehen wir hier rein sagt reiner und ihr seht wenn wir hier drin sind reinigen wir die tanks ja ich mag hier sind noch mal auf der karte das ist hier das ist direkt über diesen slurpy ding da halten jetzt gehen wir in den grünen tank rein in den zweiten tank und wir reinigen auch diesen tank so jetzt sind wir hier aus dem tank herausgesprungen und guck mal da ist ein zwerg da ist ein zwerg und mit dem ist jetzt interagieren das heißt dann müssen wir die flucht jagen der hat nämlich hier diese tanks verschmutzt und dann ist die aufgabe abgeschlossen leute 20.000 xp einfach mal so bekommen in einer minute im endeffekt für kurz aufgaben machen hoffe das video hat geholfen denkt an ihr könnt skins gewinnen aber epic games namen unten in die kommentare reinschreiben bis zum nächsten mal macht's gut